aussteige bleibt er an der geht erst wieder aus wenn jemand neues einsteigt so was sagt er? wollen wir oder? ne was ja, sind 10 ja, gut, dann sage ich einfach mal ganz lieben herzlichen Dank an alle fürs reinschauen in meine Videos für die Beteiligung am Projekt Crazy5 YouTube und auch an den Videos die der Kev Gaming so postet die ich ja manchmal mit verlinke oder auch manchmal die von den komischen Dancer hier gerade neben mir wir wünschen euch allen dann einen unglaublich glitschig guten Rutsch ins Jahr 2022 und wir hoffen wir sehen euch dann auch wieder auf unseren Kanälen im nächsten Jahr und vielleicht sogar auch mit uns in der Lobby wenn ihr mit uns mitzocken wollt einen guten Rutsch ins neue Jahr ja von meiner Seite aus natürlich auch froh, es ist ja und gut Rutsch und was auch immer eigentlich habe ich heute zu Fürth aber der Sven hat es tatsächlich verletzt, der wieder sagte, nö, das spielt halt nicht mit oder was hat sich mit fein war zu dritt und auf ein neues Jahr das war nächstes Jahr wieder so ein bisschen tolle Sachen vor euch machen genau möge unser Content genauso beschissen bleiben wie auch bis jetzt war und wir fleißig nur NPCs wegballern genau auf noch mehr Kritik auf Facebook und äh auf noch mehr Sex und Alkohol das ist schon geil überleg mal, das würden jetzt 30 Spieler machen ich bin leer soll keiner wissen ich habe noch eine ich habe einfach noch schon gut man kann ja noch kaufen eigentlich konnte man auch mal so Raketen kaufen im Ammonation, die man auf dem Boden abstellen konnte ich weiß nicht ob es die Luft gibt ich weiß nicht ob es die Luft gibt na vielleicht mal so ein bis zu irgendeinem Silvester ich habe noch eine andere Idee nebenbei ich auch entschuldigung wie unnötig ich will euch eine Wutte sein jetzt das ist eigentlich die Raketen vom Unabhängigkeitstag das hat eigentlich mit der Hälfte zu tun ja das war's hohoho das ist nochmal nachgekauft, oder? ja ja ja, es ist schade, dass es nicht die Funktion gibt dass wenn man hier steht oder so dass man tanzen könnte ich weiß auch nicht, warum der so rumspackt guck mal klar schon wieder jetzt war das marco kam es mal kurz kam es ja die karre und gejagt hat ich habe es selber auch gejagt ja weil ich wollte gerade sagen das hier kommt jetzt wahrscheinlich die feuerwehr ja das war's seltsam seltsam